Faxian war ein chinesischer buddhistischer Mönch der zwischen 399 und 412 nach Indien reiste, um den Buddhismus zu studieren und buddhistische Texte nach China zu bringen. Der Name Faxian bedeutet Damaklans und war nur sein geistlicher Name, sein eigentlicher Familienname, Waggon. Faxian durchwanderte seit 399 angeblich 30 Länder, UA, das Gupta-Reich mit dessen Hauptstadt Pataliputra, wo es zwei buddhistische Klöster gab. Seine Beschreibungen sind eine wichtige Quelle über das alte Indien. Schließlich schiffte er sich 411 in Kalkutta nach Sri Lanka ein. Von dort reiste er weiter nach Sumatra und kehrte so 413 mit vielen heiligen Büchern im Gepäck in seine Heimat zurück, die er nach seiner Rückkehr ins Chinesische übertrug. Bei seiner Rückkehr landete er aufgrund von schlechten Wetterbedingungen in Laosan in der heutigen Provinz Shandong, 30 Kilometer östlich von Kuingshou. Von dort reiste er nach der damaligen Hauptstadt von Shandong-Kuingshou weiter und übersetzte dort ein Jahr lang die Schriften, die er mitgebracht hatte. Seine Reise beschreibt er in dem Fogo JT. Das Werk wurde zuerst von Jean-Pierre Abel Remusat übersetzt und als F.O.E.Q.E.Q.E.O. Relation des Reumes Budik herausgegeben.